Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Vintage Gaudi. Es ist wieder mal Samstag und das heisst Polypocket Zeit. Heute stelle ich euch dieses Polypocket Set vor. Es ist das Glitter Island von 1995. Und wie es von Ihnen ausschaut, seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, heute stelle ich euch dieses Polypocket Set vor. Es ist das Glitter Island von 1995. Und es ist aufgebaut wie ein Buch, in pink und orange gehalten. Wir haben hier die Schnalle, wo man das Buch öffnen kann. Die Rückseite und hier sieht man noch das Buchband. Also es ist eine Glitzerinsel in den Tropen mit Palmen, einem Häuschen und einem schönen Teich zum Baden. Hier steht das Logo und so weiter nicht drauf. Also bei all diesen Büchern ist es nicht drauf. Also man weiss da nicht, von welchem Jahr das ist. Aber ich kann euch sagen, es ist von 1995. Es gibt im Internet Möglichkeiten, das rauszufinden. Und selbstverständlich ebenfalls von der Firma Bluebird Toys. Ja, öffnen wir doch mal dieses Buch und schauen, was es uns zu erzählen hat. So, so schaut das Buch aus. Also ich glaube, ich schaue noch, ob es hält. Also wir haben hier eine Tropeninsel. Und die Polis fallen raus. Wie schon gesagt, es ist irgendwie sehr schwierig, dieses Buch zu schliessen. Deshalb habe ich alles einfach ein bisschen verstaut, wo es Platz hatte. Ich zeige euch kurz die Figuren zu diesem Set. Wir haben zum einen die zwei dazugehörigen Polis. Das sind diese zwei Polis, die dazugehören. Einmal die Poli mit einem schönen Blumenkranz in den Haaren und ein gepunktetes Kleid. Und zum anderen haben wir hier die Poli mit einer schönen Perlenkette, auch Blumen im Haar und ein grünes Kleid. Und somit haben wir bei diesem Set alle zugehörigen Polis. Aber es hat noch mehr, was hier dazugehört. Zum einen diese süße kleine Affe, der jetzt gerade keine Lust hat. Ähm, nochmals. Diese süße kleine Affe. Und dann haben wir dazu noch ein Kanu in Lachsfarben. Das gehört auch dazu. Und noch eine grüne Schildkröte, wobei diese Schildkröte auch keine Lust hat. Nein, diese Schildkröte ist leider nicht original. Ich habe keine originale Schildkröte dabei. Deshalb ist dieses Set theoretisch fast original. Ähm, ich glaube diese Schildkröte war irgendwo sonst dabei. Aber eben gehört nicht zu diesem Set. Aber theoretisch, es wäre eine grüne Schildkröte dabei. Einfach zum euch das zeigen. Ja, wie ist denn das Buch aufgebaut? Also als erstes Mal, es macht dem Glitzer von Glitter Island alle Ehre. Es ist überall glitzerig und, ja, glänzt. Es ist einfach ein wirklich tolles Set. Ähm, wir haben im unteren Bereich vom Buch einen schönen Teich mit Fischen und Krebsen drin. Alles mögliche, wo man dann mit dem Kanu quasi da rumfahren kann. Wir haben hier eine schöne kleine Bucht, wo sich die Schildkröte sonst verstecken könnte. Wirklich alles sehr toll gemacht. Auch wieder sehr detailliert. Auf dieser Seite haben wir einen kleineren Teich mit Krebsen drinnen. Hier, das ist ein Krebs. Ähm, ja, und hier haben wir den Felsen natürlich von dieser Bucht, wo man dann von dort raus ins Wasser springen kann. So quasi ein Kopfsprung ins Wasser. Ja, und alles, der ganze Boden hier ist ja in einer Art, also wie Sand dargestellt. Also wir haben so ein Strandbademotiv hier. In dieser Aussparung, wahrscheinlich im Felsenin, haben wir ein Badetuch von Polly und seiner Freundin. Ähm, wir haben wieder was zu essen. Und man darf natürlich nicht, also was darf sonst bei einem Strand nicht fehlen? Das ist eine Schatzkiste. Sie haben hier eine Schatzkiste, die etwas schwierig ist zu öffnen. Sie klemmt ein bisschen. Selbstverständlich, diese Spiele sind natürlich auch alle gebraucht. Und, ähm, ja, geht dementsprechend schwierig, um gewisse Sachen zu öffnen. Aber wie man sieht, wir haben hier eine glitzernde Schatzkiste mit ganz, 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 ganz viel Schmuck drin. Ja, auch wieder schöne Details mit den Pflanzen, der Palme, die hier rausragt. Wirklich wieder sehr tolles, schönes Set. Zum oberen Bereich. Wir haben hier diese Palmen, die lassen sich aufklappen. Und zwischen den Palmen haben wir eine Hängematte für Polly oder ihre Freundin zum Entspannen. Wir können auch auf dem, auf der Palme, der kleine Affe macht, also hinhängen sozusagen. Dann schwingt er sich quasi so zwischen all den Palmen hin und her. Ich finde, das wäre eine lustige Idee mit dem Affen hier, der, ja, rumbaumelt und seinen Spass hat. Das Ganze kann man natürlich auch runterklappen. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zum oberen Teil von diesem ganzen Set, zum Häuschen von Polly und ihrer Freundin. Auch hier oben haben wir wieder einen Teich mit Fischen drin und, ähm, Blumen. Ich nehme an, das werden wahrscheinlich Seerosen sein. Wir haben hier oben, muss ich gleich schnell schauen, hier ein Sprungbrett, wo man ebenfalls einen Kopfsprung ins Wasser machen kann. Ähm, und ja, auch wieder alles voller Glitzer. Die Blumen, alles, es glitzert richtig toll. Ähm, auf dieser Seite haben wir einen wunderschönen Wasserfall. Der lässt sich nicht bewegen, also da kann man nichts darunter verstecken oder so. Aber es ist wirklich schön gemacht, der Wasserfall wird dann da ins, in den Teich fliesst. Überall auch wieder diese Details mit den Palmen. Ja, das macht das Ganze authentisch, diese Glitzer Island. Und zum guten Letzt haben wir hier noch das Häuschen von Polly und ihrer Freundin. Sie müssen ja schliesslich auch im Dschungel irgendwo übernachten. Wir haben auf dieser, also hier haben wir ein kleines Bänkchen, wo sie sich hinsetzen können und danach essen, was auf den Tisch kommt. Auch hier haben wir ein paar Spots, wo man Polly, ähm, reinmachen kann. Und dann kann sie da essen. Eine klitzekleine Leiter, die wahrscheinlich in den oberen Bereich führt. Und hier oben haben wir sozusagen eine Chill-Lounge, also einfach sonst eine Lounge mit Kissen, Decken und so weiter. Und zwei Fenster, wo dann Polly und ihre Freunde quasi nach draussen schauen können. Und so dem Dschungel-Leben beiwohnen können und den Affen vielleicht beobachten und so weiter. Ähm, ja, es ist wirklich ein, wirklich ein tolles Set. Und, ähm, es gibt noch von diesen Büchern zwei andere. Das wäre noch die, ähm, Princess Palace, von dem habe ich auch schon ein Video gemacht. Und dann noch ein anderes, ähm, von Arktis oder so, also ein Schneemotiv. Ähm, wir haben jetzt hier wahrscheinlich eher so ein Sommer-Feeling-Motiv mit, ähm, Palmen, Strand und so weiter. Und, ähm, ja, ich liebe eigentlich all diese Bücher. Ähm, ich finde es einfach toll, weil man mit diesen halt so viel machen kann, diese extrem viele Details haben und so weiter. Also wirklich ganz toll. Ähm, meine Frage an euch, hattet ihr auch dieses Set als Kind oder habt ihr es jetzt? Ähm, und wie möchtet ihr es? Findet ihr es auch so toll? Ich meine, das glitzert überall, wer mag das nicht? Das ist wirklich witzig. Ja, das ist es eigentlich schon. Doch, noch eine letzte Frage habe ich euch. Diesen Hintergrund, wie findet ihr das? Ist es zu, ähm, verwirrend mit diesen Mustern und so weiter? Oder kann man das so lassen? Weil ich suche jedes Mal immer einen passenden Hintergrund für meine Videos. Und, ähm, halt neutral finde ich einfach ein bisschen langweilig. Aber ich will es auch nicht überladen. Deshalb meine Frage an euch. Wie findet ihr so einen Hintergrund? Mir gefällt es sehr. Es ist ein toller Stoff, der, ja, so zu Deko-Zwecken gebraucht werden kann. Und, ähm, ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und alle entsprechenden Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Somit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal mit einem Video von Vintage Gaudi und Polly Pocket. Tschüss!